Herzlich Willkommen zurück, Leute, bei Game of Thrones mit der vierten Episode. Wie es aussieht, sind wir jetzt in Königsmund, also wieder mit Mira unterwegs. Ja, Mira Forrester, King's Landing. Jeder hat in Königsmund seine Spione irgendwo. Tom hieß er, glaube ich, ne? Ja. Der sieht grimmig aus. Tolle Arbeit. Vielleicht kannst du etwas lernen. Ich kann nicht gehen. Marjorie ist... Sie ist nicht genau so glücklich mit mir. Ich bin unabhängig. Kann Sarah nicht helfen? Zbierst du, dass du dich in. Sie würde das tun, oder? Nicht schaukeln, wenn du dich nachdenkst. Sarah ist nicht wirklich glücklich mit mir. Einige Dinge, die ich vielleicht gesagt habe. Nein, du musst Sarah, dass du dich in. Du kannst auch versuchen, oder? Also ich glaube, was da auch immer jetzt war, ich kann mich jetzt gerade auch nicht mehr so recht erinnern, ist ja schon ein paar Tage her, der letzten Episode, aber ich glaube Sarah wollte es auch nicht unbedingt so vertrauenswürdig. Und wir sind wieder an der Mauer? Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gleich befreit werden, hoffe ich nochmal. Wenn nicht, dann müssen wir doch einen Weg nach selber raussuchen. Find a way out. Sandsack. Ja, stand ja auch da, Kumpel. Was haben wir da? Machen wir die Truhe. Ja, okay, wenn das mal jetzt Sack oder was auch immer. Kann man nix machen, was haben wir hier? Bisschen verrottetes Holz. Ah, da ist ein loser Stein. Da ist ein Loch in der Wand. Ne, das ist richtig. Was haben wir hier noch? Zwiebeln. Da ist er gebunden oder was ist denn das? Dann nimm das Messer da doch mit. Da. Ist besser jetzt gar nix. Ja. So und hier. Was, hier ist Talvis? Okay, erstmal mal angucken. Oh, das sieht los. Garrod! Cotter! Was machst du hier? Ich hörte ihn zu sprechen. Du musst in der Morgen getestet werden. Was für Finn? Er hat ihn gesagt. Niemand glaubt ihm. Oder will nicht. Sie denken, er hat ihn für dich. Einige sagten, dass er dir das hilft. Ich muss hier rauskommen. Das ist weshalb ich gekommen bin. Ich will helfen. Ich will helfen. Aber du wird auch geschützt. Warum willst du mir helfen? Ich habe dir gesagt, mein Geheimnis. Und du sagst, dass du mein Freund war. Aber wie wäre ich ein Freund, wenn ich dich um hier zu sterben? Also, ich werde dich rauskommen. Ich will nicht hören. Okay? Dann. 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 Dann hol uns raus. Dann kannst du ruhig mit. Dann kannst du ruhig mit. Da ist ein loser Stein. Da ist ein loser Stein. Da ist ein loser Stein. Kannst du ihn sehen? Ja. Und? Ja. 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 Ja, komm. Ach das. Wir müssen das Messer damit benutzen. Und? Äh. Na. Ich kann es sehen. Es kommt raus. Ich werde versuchen, es rauszuholen. Du holst. Alles klar? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es... Oh doch, es wird was. Ich hoffe, niemand hat das gehört. Hey. Kannst du durchlaufen? Ich denke. Nein. Das wird bestimmt nichts. Dass wir da durchpassen, oder? Doch. Ui. Knappe Kiste. Okay. Jetzt heißt es hier aber schon wegschleichen. Oh. Entschuldigung. Boah. Ah. Über uns. Mal gucken, wie wir hier rauskommen. Könnte verdammt nicht... Aha. Garrett. Garrett. Runter. Junge, das war knapp. Cutter. Ist er Cutter oder Cutter? Weiß ich gerade nicht mehr. Hab gerade nicht aufgepasst. Hehehe. Ja. Unter ne Kutsche durch. Das fällt doch mal so gar nicht auf. Ah, ich hab verdammt ungutes Gefühl. Richtig ungutes Gefühl. Richtig ungutes Gefühl. Oh. Finn. Ich bin so dumm. 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 Was machst du hier? Ich bin die Schmuck in der Schmerzen. Ich helfe mir ein Freund, die sich zu halten. Du musst das. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Du kennst das. Ja. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Wir können... Es könnte nützlich sein. Ich weiß nicht, ob man ihnen unbedingt zu 100% vertrauen kann. Aber Cutter kann man zu 100% auch nicht vertrauen. Wir werden sehen, wie weit uns das so einbringt. Oh. Die Blätter kommen mir bekannt vor. Wir haben unsere Wälder. Ich habe viele Wälder genommen. Ich habe viele Wälder genommen. Auch viele Wälder. Wälder bedeutet nicht Scheiße. Es wird ein Preis auf unseren Händen. Meine Familie nach Hause ist auf mich, um Dinge zu richtig machen. Und ich meine, es zu tun. Wälder werden mich nicht stoppen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Andi, das waren Hornstöße, ne? Nicht Glocken. Ich habe schon mal vergessen, wie diese Bäume heißen. Ich habe es letztes erst selber noch gelesen und jetzt habe ich es schon vergessen. Und ich kann zurück. Oh, yo, 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 yo. Ich bin sehr geil mit dieser Elite Garde. Ich bin gespannt, was sie damit ausrichten können. Ich hoffe... Das ist das arme Volk, ey. Ja. Roderick, da bist du. Frau Forrester. Was ist falsch, Mutter? Es ist Griff. Er war mit dem Maester und... Und? Nein. Ich komme. Was meinst du, zu tun? Ich glaube, das könnte unsere Chance sein. Er ist richtig. Wir müssen schnell. Ich werde sicher, dass der Maester sicher ist. Das ist was wichtig. Nicht vergessen, dass du das gesagt hast, Roderick. Der Rest meiner Männer sind noch in der Grophe. Sie können hier in Minuten sein. Okay, jetzt rein. Mach sicher, dass sie bereit sind, um etwas Schmerzen zu machen. Das klingt wie ein guter Zeit. Los geht's. Einmal. Hör auf meine Signale. Ich werde meinen Kahn schreien, wenn ich dich entdeckte. Wir werden bereit sein. Oh, ich hoffe, dass ich das nicht bereuen werde. Ich komme mit dir. Was? Es ist nicht sicher. Du solltest wartet für deinen Bruder. Ich meinte nicht, ob es nicht sicher ist. Griff denkt, dass ich ihm erhebe. Ich muss ihm zeigen, dass ich nicht. Ich muss ihm zeigen, dass ich nicht. in die Hose geht. Mach Platz für euren Lord. Euren wahren Lord. Oh Gott. Natürlich war es hier jetzt. Natürlich wird da jetzt keinen. Ach nee, noch nicht. Wooh. 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 Junge. Alter, seid ihr irre. Ja. Lass ihn. Au! Äh... Können wir jetzt endlich damit schon das Rechtbiet schon vollkommen? Ich denke... Mein Bruder ist bereit. Ich denke, du brauchst noch eine Übung in Humilität. Just like you, Maester, hier. Ich lasse dich so schnell, Roderick. Und es kommt keiner. Doch. Ja, geil! Yes! 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 What the hell is this? Yes, Baby! What are your orders? I'm the only one here, who gives the orders! What are you waiting for? Kill anyone that moves! Oh! Oh! You heard him! Stop now! You can't do this! Oh! Nein! Now then! About Humility! Haha! Jawollo! Meester! Are you alright? Yes! I think so! My father will go straight to Roos Bolton! Ahh... If he won't... And your sister and your own fucking family! Shut your bloody mouth, Rip! Are you going to hurt me? Your friends won't be around forever, Roderick. And when they're gone, I will see... Hahaha! Freut er sich, ja? Is that it? No, der geht noch mehr. Der geht definitiv noch mehr. Is this the man you'd rather have? Oh! Oh! Enough! That's enough! I used this! It's not enough! You need to stop! My eyes! Roderick, listen to me! Oh! And it's... Roderick! I can't... I can't fucking see. Oops! At least I can do. I can find the White Hills to the Salas. No one gets in or out. Oh! Oh! Das war so'n geiler Moment! Das war schön! Das war erfrühchend! Das tat gut! Aber die Konsequenzen! Sie ist mit uns! Sie gibt uns unser Segen! Wurde ich mal so ins Stumpf behaupten, oder? Ha! Das ist grad... Ich bin grad richtig... Erfreut! Du und dein Queen! Das ist genug! So long as you're in my camp, you will obey my orders! And get him piss drunk before a mission! Obey? You know what kind of shit brain fool does that? One who wants to fucking die out there! Have you lost your damn mind? Hey! 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 Nice to see you! Haha! I'm glad to see you two are getting along! Hehehe! I'm not the one with the problem! It's him! She can't fight like this, Asher! Do you think I'm too drunk to fight? What the fuck do you know? What are you gonna do? When out there swinging a fucking... Ah! Oh! Still think I can't fight? You fucking bitch! Oh man! Hey! Come on, Besker! Leave the poor man! Hey! 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 She'll get us all killed! You sound scared, Croft! This is bloody important! You afraid your mother will spank you? Mind your own business, Croft! You don't need to worry about... No, come on! Just take care of this! Because if she can't hold it together... We're leaving without the both of you! Haha! You think your little thumbcock can take Marine all by itself? I'd never work with a bloody show like you anyway! Besker, what the hell is going on? Pfff! You gonna lecture me too? Huh! Huh! Croft doesn't know shit about anything! None of you two! We have to listen to him, even if he is an asshole! He's in charge of this mission and what he says goes! He's not in charge of me! You think I give two shits about what Croft had to say? Huh! Your fucking uncle is the only reason I'm even here! He told your little dragon queen I would go into Marine with you! You get me burned by a dragon! I'm doing this for my family, Vesker! This is the only way! Oh, it's always about you! Your family! Your problems! Huh! 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 Oh! Oh! Na, was, 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 was ist da los? Ah! Ach so! Wom hast du sie vor Anfang angesagt? Tschüss! Ich kam von meinem Haus, als ich nur drei Jahre alt war. Als ich sieben war, mein Master mich in die Kampfspitze, um zu sterben. Als mein Master mich verletzt, zu sehen, mich zu töten Tiere für Sport, hat er angefangen, zu senden andere Kinder. Ich habe alle von ihnen verletzt. Oh, sie hatte keine Worte. Sie hatten keine Worte. Ich habe das Gefühl, dass meine Leben wert ist, aber ihre nicht. Es war dieser Junge, der spielten fünf Stöhnen in der Alley, als wir nicht schlafen können. Als ich ihn zum nächsten Mal sah, er war in der Karte mit mir. Ich habe das Gefühl, das ist das Gefühl, das ich setzte. Ich habe das Angst, in den Schatten. Das same Angst, die ich das erste Mal 처음 spielten, und ich habe es nicht leften. Ich wollte immer noch leben. Ich wollte es so schlecht. Mein Meister schaut, wie ich es gemacht habe. Ich könnte ihn verletzten, für den fucking Lachen. Ich bin so sorry, Besker. Ich will nicht deine Gefühle. Ich habe meine Gefühle ein langes Mal gekauft. Aber ich habe immer diesen Ort verletzt. Ich verletzte ihn. Bis dahin, liebe Leute. Macht's gut.